Die Reduktion von Emissionen ist die größte Herausforderung der Luftfahrt in den kommenden Jahren. Zum Glück sind bereits Lösungen in Sicht für klimaneutrales Fliegen, an denen heute schon gearbeitet, entwickelt und auch umgesetzt wird. Wir bei Roland Berger haben diese in unserer Roadmap to True Zero beschrieben. Ca. 35% aller Emissionen können bereits recht kurzfristig durch eine konsequente Erneuerung der Flotten und durch eine optimierte Nutzung des Luftraums erreicht werden. Um die restlichen Emissionen zu reduzieren, wird der Einsatz von Digitalisierung und revolutionären Antriebstechnologien erforderlich sein. Die deutsche Luftfahrtindustrie hat die Bedeutung von nachhaltigen Fliegen bereits früh erkannt und ist hier gut positioniert. Einerseits als wesentliches Glied in der Herstellung spritsparender Flugzeuge der neuesten Generation, andererseits bei der Entwicklung und Herstellung von Komponenten für klimaneutrales Fliegen.